Das ist eine Warnung. Es steht bestimmt schon im Titel, aber ich werde es trotzdem noch einmal sagen. Ich gehe mit hundertprozentiger Sicherheit davon aus, dass die fünfte Nacht gespickt sein wird mit tödlichen, vernichtenden Jumpscares. Ich wollte es einfach nur nochmal vorwegnehmen, aber ihr könnt euch ja schon mal darauf freuen, während ich mir ein bisschen ins Höschen mache. Und damit ein herzliches Willkommen bei eurem Tjulfa und herzlich Willkommen zu Five Nights at Freddy's 4. Also Willkommen zurück, ihr wart bestimmt schon mal, ihr habt die anderen Nächte auch geguckt. Wenn nicht, guckt sie. Wir spielen jetzt die fünfte Nacht und vorläufig erstmal letzte Nacht, denn wie ich schon mal gesagt habe, die sechsten Nächte werde ich von allen Five Nights at Freddy's spielen. In einem Livestream machen, aber das seht ihr dann auch. Da kommt noch eine Ankündigung. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ihr seht es dann, ihr seht es dann. Jetzt starten wir erstmal die fünfte Nacht und gucken mal, wie wir das machen. Ob wir das meistern, ob wir es nicht meistern oder ob ich 15.000 Mal sterben werde. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Es wird... Oh, oh, Steam-Nachricht. Hat keiner gehört. Oh, ist hier jemand? Hör nochmal. Ne, hier sieht es safe aus. Ich bin... Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, in der fünften Nacht kommen hier immer neue Mechaniken bei jedem Five Nights at Freddy's Spiel. Und ich gehe davon aus, dass es hier garantiert auch so ist. Hier ist safe. Irgendwas ist hier los. Irgendwas läuft im Haus rum. Ich höre richtig... Irgendwas läuft richtig schnell im Haus rum. Und das gefällt mir gar nicht. Das Mikrofon hier geht mir gerade auf den Sack. Okay, häh? Es ist noch nichts los. Das ist wunder... Hä? Ich habe gar nicht aufs Bett geguckt. Egal. Also es gibt... What the fuck? Was war das denn? Wo kam der her? Ich habe gar nicht geleuchtet. Wie gesagt, in Nacht Nummer 5 gibt es neue Mechaniken. Das war das erste Mal, dass uns Freddy erwischt hat. Und absolut vernichtet hat er uns auch. Keine Ahnung, wo der hergekommen ist. Keine Ahnung. Ich glaube, Freddy sitzt auch im Schrank. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir machen es einfach nochmal. Ich brauche bestimmt 5 Stunden Aufnahmezeit, bis ich diese... Fucking... Drecksnacht im Kasten habe. Ich habe keine Ahnung, wo Freddy hergekommen ist. Ich habe... Keine Ahnung. Keinen Plan. Und hört ihr diese Schritte? Ich glaube, das ist Freddy, aber... Keine Ahnung, wo er herkommt. Ich gucke einfach mal in den Schrank. Oh, nö. Bleib weg. Alter. Bestimmt saß er auf dem Bett. Oh. Freddy war an der Tür. Tür zu, Alter. Halt die Tür zu. Mach sie zu. Ist er weg? Oh, er ist weg. Das war Golden Freddy. Das war eindeutig Golden Freddy. The fuck. Oh. Alter. Aber er greift uns nicht an, wenn er... Und wir hören ihn auch nicht. Der läuft garantiert von Tür zu Tür jetzt als oder so. Ne, da ist er nicht. Hinter uns gucken? Auch nicht. Vielleicht, ich glaube, er kann auch hinter uns sein. Da ist er auch nicht. Vielleicht im Schrank? Ich schau mal. Schrank. Oh. Shit. Shit, shit. Okay, er ist weg. Nicht mehr im Schrank. Himmel, Arsch und Zwirn. Da ist er. Nein, nicht. Geh an die Tür, geh an die Tür. Mach zu, mach zu, mach zu. Fuck, 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 fuck. Ich bin noch dran gewöhnt, wegzulaufen, wenn ich Monster sehe. Aber das darf ich ja nicht. Ich muss ihn ja aufhalten. God damn it. Ist das widerwärtig? Ist das widerwärtig? Irgendwie cool, aber auch ziemlich... Er ist hinter uns. Hundertprozentig. Doch nicht. Dann nur zehnprozentig. Wo ist er denn? Wo ist den Fick gesehen? Da ist... Oh Gott. Im Schrank? Ist er jetzt im Schrank? Hörn! Ah, ja. Nicht mit mir. Okay, er ist wieder weg. Haben wir jetzt nur Golden Freddy am Sack? Ich habe von den anderen noch gar keinen gesehen. Von den anderen hat mich noch keiner angegriffen. Da ist er nicht. Hinter uns. Dreh dich um. Nein. Schrank. Nö. Ich muss jetzt... Ich glaube, wir haben nur Golden Freddy am Sack. Ha! Aha. Lauf weiter. Fahr weiter, du Pisser. Okay. Da ist er nicht. Oh, diese Lache, die ist richtig creepy. Die ist richtig creepy. Die ist gar nicht gut. Oh. Ah. Mit den roten Augen, wie einfach im Schrank, Cocktail. Meine Güte. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Ziemlich angsteinflößend. So, wo ist er? Oh, da ist er wieder. Ich glaube, wir haben echt nur Golden Freddy am Sack. Ich glaube... Ich habe auch von den anderen noch keinen gesehen. Ich glaube auch nicht, dass wir von den anderen... Von den Freddles ist auch keiner da. Also von den kleinen Viechern, die immer auf dem Bett sitzen. Die heißen ja Freddles oder Freddies oder Don't Know. Ich habe es schon vergessen. Schon verdrängt. Schlimme Erinnerung. Ist er hier? Ne, wo ist er denn jetzt? Fuck. Da... Oh. Da war er näher als eben, oder? Er hat auf jeden Fall keine Angst vorm Licht, der Golden Freddy. Der kehrt überhaupt nicht, weil er keinen Besen hat. Diese Wortwitze. Mann, ich sollte keine Witze machen. Ist gar nicht lustig. Also schon, aber irgendwie nicht. Ist egal. Wo ist er? Das bedeutet bestimmt irgendwas, wenn er lacht. Dann wechselt er bestimmt die Location oder so. So, hier ist wieder clear. Das Gute ist natürlich, dass wir jetzt nur eine Animatronic am Arsch haben und uns dadurch... Ja, quasi keine Gefahr von mehreren Seiten droht und wir besser reagieren können. Im Grunde genommen. Heißt aber auch, das garantiert... Richtig ekelhafte Sachen hier noch passieren. Bestimmt das... Und, was auch ein Vorteil ist... Golden Freddy ist definitiv lauter wie die anderen Animatronics. Den hört man wenigstens, wenn er irgendwo anders hinläuft. Die anderen... Die haben ja rumgeschlichen... Ich... Manchmal missklicke ich, ey. Dann halte ich die Tür zu, anstatt zu leuchten. Aber das passiert, da ist er. Tür zu. Okay, er ist weg. Sehr gut. Zurück zum Bett. Da, weiter. Links, rechts? Guck mal, rechts. Da, ja, gut. Sehr gut. Wir haben vier Uhr. Er läuft ganz passabel eigentlich, ne? Könnte durchgehen. Ich hab mit mehr Jumpscares... Bestimmt kriegen wir eh noch einen reingeballert. Bestimmt kriegen wir eh noch richtig einen reingeballert gleich. So einen richtig widerlichen... Kurz vor Ende wahrscheinlich. Er ist im Schrank. Garantiert im Schrank. Nee. Hinter uns. Fuck! Da. Er war garantiert auf dem Bett. Garantiert war er auf dem Bett. Bestimmt. Weil da sitzt ja auch diese Freddy-Figur. Und so ist es ja auch, wenn Foxy im Schrank ist. Dann wird er erst zu so einer Figur und dann zu Foxy. Und so ist es bestimmt auch bei Freddy. Dass er sich irgendwie... Keine Ahnung. Auf jeden Fall war er garantiert auf dem Bett. Ich hätte das Bett checken sollen. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach nochmal. Wir steigen einfach mal bei der 3- oder 4-Uhr-Marke rein. Dass ihr euch nicht alles nochmal geben müsst. Und dann würde ich sagen... Wir sehen uns jetzt. So, wir sind wieder bei 4 Uhr. Und ich glaube, ich habe so langsam Golden Freddy verstanden. Denn jedes Mal, wenn er sein Lachen loslässt... Ist er, glaube ich, im Schrank oder auf dem Bett. Ich glaube, das ist das. Was das Lachen bedeutet. Und er ist richtig penetrant, Mann. Freddy ist richtig penetrant. Man muss eigentlich alles nur von Tür zu Tür rennen. Und wenn er lacht, Bett und Schrank checken. Obwohl er mich... Ich habe richtig lange gebraucht, um wieder bis bei 4 Uhr zu sein. Keine... No joke. Ich war richtig lange unterwegs. Ich habe bestimmt 10 Versuche gebraucht. Aber jetzt bin ich wieder hier. Und jetzt werde ich diesen... Mistbeeren bezwingen. Diesen kleinen Goldbeeren. Ohoho. What is... So, dazu. Das ist wirklich eklig. Wir haben 4 Uhr. Wir haben 4 Uhr. Wir schaffen das jetzt. Ganz locker easy. Jetzt wieder links. Man kann ihn auch anhand seiner Geräusche ganz gut festmachen. Gerade ist er doch nicht links. Ist er vielleicht rechts? Auch nicht. Okay. Jetzt Bett oder Schrank. Schrank, 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 Schrank. Komm, 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 komm. Zack. Er ist nicht auf dem Schrank. Im Schrank nicht. Bett. Auch nicht. Tür. Tür, Tür, Tür. Tür. Nein. Fuck. Mann. So, Freunde. Wir sind wieder bei 4 Uhr. Oh, oh Gott. Äh. Und, äh, 2 Sachen hab ich gelernt. Das Lachen von Freddy bedeutet ein Scheiß. Und verlass dich nicht auf Leute im Internet. Oh Mann, ich hab mir eben Tipps angeguckt und irgendwer schreibt einfach, Freddy geht nicht in den Schrank. Keine Sorge. In den Schrank kommt er nicht. Niemals. Niemals. Wahrscheinlich, oder? Mein Gott, ey. So, er müsste... Ne, jetzt ist er wieder rechts. Ganz ruhig sein. Ja. Komm, komm, komm. Ich hab ihn auch schon ein paar Mal gespottet und hat mich trotzdem angegriffen. Es ist wirklich widerwärtig. Na, komm. What the fuck? Wo ist er? Oh, er ist unterwegs. Rechts. 5 Uhr. Links. Links, links, links. Ja. Zu. Wir haben 5 Uhr. Wir schaffen's jetzt. Ich schaff das jetzt. Ich... Okay. Er lacht. Also sein Lachen bedeutet... Gut. Ihr dürft es nicht falsch verstehen. Sein Lachen bedeutet schon was. Nur nicht immer. Ich hab mich eben knallhalter drauf verlassen und bin ein paar Mal so reingefallen damit, ey. Und hat er mich richtig zerlegt ein paar Mal. So, komm. Links. Komm, wir gucken, guck. Los, los, los. Komm, komm, komm. Huh. Zu. Dann seht ihr, er lacht und steht an der Tür. Das ist total... Totaler Dummste. Der ist wieder links. Oder auch nicht. Er ist wieder unterwegs. Rechts. Nach rechts gelaufen ist er. Komm. Wo ist er? Nicht hier. Auf dem Bett? Im Schrank, im Schrank, im Schrank. Nein, er ist unterwegs. Glück hat er. Oh, geschafft. Geschafft endlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, ich sitze bestimmt jetzt schon wieder eine Stunde, anderthalb Stunden an dieser Nacht dran. Ihr seht das ja nicht, weil ich schneide die ganzen sinnlosen Versuche raus, weil manchmal komme ich nur bis 1 Uhr oder nur bis 12 Uhr und null Tage bis zur Party. Was gibt es denn überhaupt für eine Party? Oh. Oh. Der Bruder hat jetzt seine Freunde eingeladen, alle haben Animatronics-Masken auf und machen den Jungen fertig. Was ist das für ein Bruder, Alter? Was ist das überhaupt für Menschen? Alter, guck mal weiter. Und die haben gerade gesagt, dein Bruder ist so ein Weichei. Es ist einfach nur lustig. Warum helfen wir ihm nicht? Damit er ein bisschen näher rankommt. Er wird es lieben. Ich glaube, die sind in dem Freddy Fespier's Pizza. Und die werden ihn jetzt näher zu den Animatronics bringen. Nein, bitte nicht. Komm schon, Jungs. Lass uns dem kleinen Mann ein wenig helfen. Er möchte aufstehen. Und ein bisschen näher kommen. Ja, und was macht... Oh, wir tragen die den jetzt weg. Zu den Animatronics. Oh, wie asozial ist das denn? Nein. Ich will nicht gehen, sagt er. Ich will nicht gehen. Ihr habt den kleinen Mann gehört. Er möchte noch näher ran. Haha. Und da ist Golden Freddy. Was machen die jetzt? Äh. Hä? 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 Die stecken sie ihn in sein Maul rein? Hä? Was? Und einfach keine Reaktion von denen! Hat Fred mir den Jungen getötet? Getötet? Hat er ihn getötet? Alter! What the fuck? Ich kenne die Five Nights at Freddy's Reihe. Ich weiß, dass er abgefuckt ist. Ich weiß, dass es manchmal komisch ist, krank. Ist alles okay. Ich habe mich bei Five Nights at Freddy's 4 auch nicht spoilern lassen. Ich kannte zwar die Mechaniken vom Spiel, habe mir aber die Cutscenes nicht angeguckt. Wollte mir die Story selber geben. Und was zum Fick war das gerade? Die haben den Jungen einfach in das Maul von Fredbeer gesteckt. Er hat zugebissen. Die in seinem Kopf zerschmettert. Keine Ahnung. Er sah auf jeden Fall so aus, als wäre er tot. Ziemlich tot. Mausetot. Mein Gott. Man hat ja immer mal was von diesem Bite of 87 gehört. Nee, Bite of 78. Nee, Bite of 87. Bite of 87. Und ich glaube, das war der Bite of 87. Gott dammit. Aber gut, Leute. Ich würde sagen, das war es für Five Nights at Freddy's 4. Die fünfte Nacht war ganz schön hart, obwohl wir nur Golden Freddy am Sack hatten. Aber egal. Ich würde sagen, wie ich es schon mal gesagt habe, die sechste Nacht werde ich zusammen mit den anderen sechsten Nächten im Stream versuchen. Ja, ich werde nicht sagen, ich mache es, weil wahrscheinlich schaffe ich es eh nicht. Aber wir werden uns der sechsten Nächte im Stream annehmen und dann mal gucken. Ja, Stream gibt es wie gesagt am 31. Oktober zu Halloween. Das wird dann so ein kleines Halloween Special. Und mein erster Stream. Und ja, da gibt es aber noch mal ein Infovideo zu, wo ihr dann noch mal mehr Informationen kriegt. Und dann ein bisschen besser Bescheid wisst, Freunde. Und ich würde sagen, wir sehen uns heute Abend in Sister Location. Denn das müsste... Es wird spät heute Nacht online kommen. Wenn ihr jetzt gerade das Video guckt und es ist noch Freitag. Ich denke, Sister Location kommt irgendwann zwischen 10 und 12 Uhr. Wenn ihr es gucken wollt, müsst ihr dann einschalten. Macht's gut. Ich verabschiede dich. Und bis dahin. Ein bisschen komisch. Ich dachte, ich kann aufstehen, aber... Oh, blöde das. Aber das Spiel sieht soweit ganz gut aus. Das Spiel sieht soweit ganz gut aus. Ah! Wo ist die Wacke?